Wir fahren in den vierten, kommen alle nach oben, in den Fahrstuhl. Wir feiern Bums. Alter, ihr seid echt zu dritt in den Fahrstuhl. Ja, ich hab's. Kommt alle rein, ich hab's alle rein. Kommt alle in den Fahr... Oh, lol. Lol. Alter. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren lustigen Runde Trouble in Terrorist Town. Mit dabei habe ich als erstes Teddy Gunn. Hallo. Dann habe ich unser Rookie, den Irax, dabei. Hi. Nichts zu vergessen war auch Stefan a. Sascha. Hi. Dann haben wir auch Katsu Mila mit am Start. Hallo. Dann darf man auch den Scrawly Molly nicht vergessen. Ja, doch darf man. Dann haben wir auch den Flutterfighter dabei. Hallo. Oder auch nicht. Der mag nicht drehen. Ja, also, der Renner darf nicht fehlen. Du mich auch, Hata. Mein Name ist Atamu, wir spielen Elevator and Stairs und, ja, ich hab jetzt Bock auf Koopa jumpen. Sag es nicht, bitte, sag es nicht. Koopa jumpen, Sascha läuft hinter mir her, der will mich töten. Und das ist, glaube ich, freigegeben, er hat alle... Ja, klar. Die Werkgeschoss, Teddy schießt, Teddy schießt. Wow. Was? Teddy ist es. Ich hab euch nicht... No! Teddy war inno. Teddy war inno, jawohl. We're expecting, er ist es. We're at Melonium. Es kommen wir teilen, es sind drei Stücke hier, komm. Jeder 1 ist ein Lass hier. Ich muss mir mal ganz kurz die Nase putzen. Sekunde. Ja, dann hab ich ja jetzt die Chance hier runter zu springen, ohne dass Scrawly mehr auf den Kopf springt. Ui. Ich bin von der Kopf. Flutter. Nein. Flutter, schließ. Äh, Flutter, halt. Alter. Das war der Traitor-Shop. Das sagst du. Nee, nee. Ich hab... Ich hab die anderen überhaupt nicht gesehen. Ich sag nur... Ich sag nur... Ach Gott. Scheiße, da stehen sie alle oben. Ey, die zwei Traitors born im Keller und die anderen oben. Toll. Ja, und ich frag mich, warum ich immer mit als erstes umgenietet werde. Du warst tot? Du bist tot? Du bist tot. Du bist tot. Kein nix dafür. Ja, ich hab übrigens Atta getroffen. Ich glaub. Nein. Alter. Alter. Ich hab ne Teeer im Kopf. Ich bin ein Teeer im Kopf. Ich bin der Dehner. Der Dehner. Der Dehner. Ich bin der Dehner. Schreckt schöner. Also vielleicht mal rausgehen. Ah, Alter. Hallo. Ich fühl mir nicht so sicher in diesem Fall, ich studiere. Ich geh runter. Ich geh hoch. Ja, pass auf. Ich geh hier, wenn der hinterher springt, ne? Ach, guten Tag. Weißt du, auch durch den Aufschlag kann man sterben. Nein. Oh, jetzt sind sie alle hier oben mit dem Haus. Ich geh jetzt wieder vor. Ah, Stevie mit. Mal vier. Mal vier. Mal gehen wir weiter da. Hallo. Teddy wollte mich, glaub ich, töten. Ich glaub Teddy wollte mich töten. Wieso wollte ich dich töten? Ich hab ne Double Barrel. Wieso? Warum sollte ich dich töten wollen? Wo warst du denn du? Weil du mich nicht leiden kannst. Hä? Weil du mich nicht leiden kannst. Alles klar. Ich weiß nicht mehr, wo du warst. Hallo. Du bist doch Deto, oder nicht? Sascha, komm schon in der Bremen. Wer ist in Bremen? Schön, Sascha. Warum bin ich in Bremen? Bei Bremen, schön aus Hamburg. Oh. Das ist aber lief gesagt. Jetzt gibt das Fischbrötchen, du er hier. Voll eingeschleimt. Da wohnt ich mal in Bremen, hab ich nicht mal gedacht. Ja. Halb mir jetzt auf? Ja, ab nächster Woche. Ja, ne, wo wirst du? Noch eine Woche deins Umzug, oh Gott. Ein Teilheit. Kloppenbrot. 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 Kloppenbrot ausrufen. Was hab ich? Ist inno. Kloppenbrot. 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 Achso, du warst Traitor! Der ist weg, weil er auf Licht geschossen hat. Was? Koopatoppel! So dumme Leute, ey. Sorry. Ganz ruhig, Katja. Alter, ey, mein Puls, der steigt schon wieder, ey. Es ist doch nur ein Spiel, ey. Es ist kein Spiel. Es geht ja um Leben und Tod. Ja, wir smart das live. Das ist Traitors live, genau. Das ist die neue deutsche Welle. Oh, Gott. Was wäre die drei Malte? Boah. Welche Kartons beschließen? Was ist der perfekte Tag? Das ist nicht einfach mal getroffen. Das ist gar nicht. Wenn man so eine Frage gibt, gibt es hier für die Tretter eigentlich irgendwelche Itemverbote? Oder darf man beispielsweise auch French Bean ja einmal den ganzen... Mach doch was du willst. Mach doch bitte. Ich bin Lisa, aber auch egal. Naja, das... Geh weg. War eigentlich gerade recht dummig auf den Traitor ganz im Prinzip gegeben, war? Das bringt aber nur auf der Etage was, ne? Ja, richtig. Mann, ich hab meine Waffe weggeschmissen. Mann, jetzt kann der Fahrstuhl mal stehen bleiben, ey. Also, was geht das? Weih, 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 weih. Ich wollte nur einmal durchlaufen. Das kann er aufgeschossen. Nein, 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 nein! Mann! Was? Nee. Das war nicht. Bäh! Schroll! Nein! Wusste ich, dass ich ein Kerl bin. Wow, hier sind auch noch welche. Arthur wurde weggeschossen. Von? Wer ist das da? Kommst der! Ja! Tür ihn! Schnell! Halte, halte, halte! Warum ist hier jemand tot? Hallo, Dete, warum konfirmst du nicht? Ja, weil ich den Traitor wegschießen wollte, der nicht von der Tür stand. Ich bin gerade von oben runtergekommen. Ja, das hab ich gesehen, aber da standen zwei Leute von der Tür und die haben sie nicht gegenseitig weggemacht und ich weiß nicht wer... Ja, mach doch jetzt mal! Ja, vielleicht waren beide Traitor? Scheiß, langsame Schrotflinte! Hier ist jemand tot. Bäh! Ich bin nicht so zertig und sehr ehrlich. Ja, du hast doch angefangen! Jetzt bin ich's wieder, ja? Ja, natürlich! Warum war's das nicht? Scroll! Du... Ähm... Wer lebt noch? Ich... Der ist... Da! Äh... Gute Arbeit! Äh... Ich wusste nicht, wo... Wie in solchen Konform... Mann, ey, wir waren jetzt Traitor? Wir waren jetzt Traitor! Ja... Und ich laufe jetzt mal noch rein, so... Zack! Wie hast du? Utter weggeschossen, oder was? Ja... Ich rüber, wie der die Luft gejagt! Ja... Wer hat der Atta schon gemacht? Ich hab schon mal direkt daneben da und war ich mega verwirrt! Ich hab ihn mit der Melon gekillt! Ja, wer... Warte mal... Wer hat'n jetzt bitte Atta getötet? Ich! Ich! Immer! Und ich war entverwirrt, weil Karsu direkt neben Stevie stand, als das passiert war! Ja, aber sie waren halt noch Dete! Also ich stand beim Dete, wird's ja gesagt! Äh... Richtig! Ja, ich war halt in dem Durchgang, ne? Oh! Ich hab nur gesehen, wie du weggeflogen bist! Okay... End! Endlich ne Waffe! Die will ich nicht! 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 Oh, ich hab gar keine Waffe! Oh, hier ist noch richtige Schrotze! Ne... Wo ist die? Sascha, wo ist'n die? Willst'n mir die geben? Wow, 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 wow! Vorsicht! Da ist... Uncool von dir! Feuer! Feuer, 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 Feuer... Wenn du das ist, wenn du dir lagst da, relativbewIBG, ich bin hinter dir hergerannt! Ah, jetzt komm! Hey, jetztberry 문! Dankeschön, Stevie! Ah,âu! das war kein Fehler aber auch immer noch da jetzt ist jetzt ist Kirsten jetzt können wir hoch bei Atta Leute hat alles gekillt worden hier oben ist auch eine Todleiche erschrocken Tode Leute hier weg ist und hier ist noch ein Tode ich glaub's äh sag mal das ist mein was zu einer ich hab nämlich nicht mehr äh äh kann das auch? Teddy ist dies Tier ist vielleicht tot bei der Starter Tier 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 Russisch Tier Hahahaha Wodka 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 Tier All right Na Zdrowje Klasiva Tier WTF Hahahaha 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 Irgendjemand ist irgendwie... Irgendjemand ist die Tür Die ist weggebrochen wie sonst was Wo ist Tier mit Wodka? Hahahaha 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 Ah schön Hahahaha Hahahaha Ah TTT ist einfach so ein tolles Spiel Ich bin irgendwie gefangen hier aber auch so äh Und? Ja 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 ich komm ja schon Warte mal hier Nehm ich mal mit ne? Warte mal TTT Boah Das ist leider zu spät gewesen TTT Ich weiß jetzt gar nicht ob ich gerade... Oh Alter Da ist der letzte Nice Ey wie oft wird's grollen mit der Traitor Keine Ahnung Unverschämt auf Traitor ey Sascha hast du meine Nachricht gelesen? Das ist mal super Nachricht? Was für eine Nachricht? Direkt am Anfang hab ich dir geschrieben im Slash Team Hahahaha Muhahahaha Hahahaha 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 Warte Ne hab ich dich gesehen Schön 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 Im Gegenteil wusste ich bis ich dich gesehen habe wo du den Metamelon weggeschossen hast Und auch nicht dass du mal drauf bist Ich würde das überhaupt nicht drauf haben Ich hab mir gedacht okay Ich hatte den irgendwie schon seit knapp einer Minute draußen im Melon Lounge Und bin hinter Stevie her gelaufen Er hat nicht reagiert Hahahaha Ich werd einfach mehr kriegen Weil ich nicht in deine Richtung geschaut habe Boah Alter Man Ja toll Dann hab ich halt gedacht Boah Boah Ich will den Namen gucken Ich bin ganz hierher gelaufen Gibt's denn hier keine Granaten? Ich will eine Disco werfen Warum? Ja warum Ich hab hier fest Ich bin Last dan Oh Hat der hat damage bekommen Ich hab so'n Gefühl für Squarl Also nein ich hab kein Gefuehl Du hast Gefuehl für mich Oder du hast Gefuehl für die das ist schon das fein ist das papier ja 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 ich bin hier nur sascha heb ab wo ist er ich will mich nicht bewegen wo ist er unten erdgeschoss erdgeschoss knapp vor mir bewegt ich nicht ich bewege mich nicht keine angst ich wollte gerade in den keller latschen ich verstehe wo auch der akutte hoch für die und also hat er ist ja er dritte hier ist offen so dass trock inno wiederbelebt darf nicht quatschen will ich gar nicht töter was eine ruhe wenn ich gleich tot will wenn ich gleich tot will ist es vater wo ist noch jemand geschossen wenn ich dann ist hier unten wenn ich dann ist hier unten ich war gar nicht herrlich und schlecht ist das hier und Karls und Sascha sind ja im Pümmel und machen wir uns auch verletzt ich wie wie Nein Alex, lass mich zufrieden es kann ja sein, dass es die hier ist das ist die hier ja, okay ok machen wir hier noch den Stidi bei mir Ey, ich will hier raus, machen wir nicht vor die Nase die Türze machen wir nicht vor die Nase die Türze genau nee, geh weg das klingt doch unlogischer Flatter lebst du noch? ok der braucht echt gar keinen mehr wer lebt denn jetzt noch? ja, sehr schön hat es sein, dass er das falsche gesucht hat als IREX ja, ich hab da irgendwas gekauft, keine Ahnung zählt vielleicht den Shot noch nicht aus ja, sehr, sehr schön da in der Lobby Kazu wird weggeschossen der Kopf von Teddy guckt durch man sieht den Namen das war voll fies ey und trotzdem Kazu weiterlaufen und weiter töten ich hab nur Kazu getötet die Runde und scroll halt einmal und zweit mal hat er es ja geschafft naja, so sieht's aus ich hab mich umgedreht und dir einen Heddy geklickt aber wo hast du den Beam hingesetzt? ich hab nicht gecheckt in den Raum in dem Raum in dem Raum wo ich stand hast du den reingesetzt ja genau ich bin unten im Keller davon gestorben ja, du warst in diesem Schacht warst du, ne? ja 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 ja, der ist direkt da dran wir sind jetzt wieder Freunde, ok? niemals ich weiß es nicht ich könnt ihr jetzt einfach so machen so bam Alter ich würd nicht juck ich bin ja noch ich bin ja noch ok ey Atta! Atta oder Flatter? Flatterboom ha hallo ey man kann in eine Waffe ich zähl mich abholen nicht in alle nee aber ah Traitor was? ich will doch nur ne scheiß Waffe haben ne bessere Waffe ich will doch nur spielen ich tu doch nichts er will doch nur spielen ich tu doch nichts ich tu doch nichts ich tu doch nichts ich tu doch nichts hab ich mich erschrocken wolltest du mich als Türpenflattern er hat geschossen nein ich wollte es einmal ausprobieren Sascha hat geschossen hab ich es aufgemacht hab ich überhaupt nicht, du Spacken hab ich doch überhaupt nicht, du Spacken hab ich doch überhaupt nicht, du Spacken gesagt ja gib mir immer alles vorwürft Steve, wir machen Platz da ey was du stehst mir doch nicht der steht andauernd im Weg heute ja, ne? ich bin der Wegsteher versteckt mich vor euch ok das geht gar nicht auf wie geht das auf hä? also hä? ne da geht nicht ihr geht doch mal weg Bibi nein nein lass mich raus Hilfe holy shit wo kam denn die Oli wo war die denn jetzt? das war die Heilige dem noch alle? ja ey, ich kann mich nicht wegbewegen gute Idee, gute Frage ne gute Idee ne gute Idee ne gute Idee ne gute Idee das ist sogar nur 20 Minuten oben gewesen also nach TAP leben noch alle ja, das ist korrekt oh ach man ich glaube ich muss ich muss Sascha wieder handcuffen aus dem Gefühl Alter mach mal alter kannst du dich nicht mal selber handcuffen? hab ich schon die ganze Zeit ich hab mich sagen wie Sascha langsam nervt du stehst doch so aber hier ist jemand gestorben ja richtig, ja nur für dich jetzt mach mal hier ist jemand gestorben huch noch ein Teddy ne? oh oh ich hab mir was vor ich hab mir was vor warum geht der überhaupt noch runter? du? ich bin jetzt in meinem Verständnis uah Alter aber mich findet auch keiner mehr 100%ig findet mich niemand na toll zu dritt zu dritt jetzt gibt's ein richtiges Wasser ne mich findet wirklich niemand alle in dem Fahrstuhl ich kann man auch nicht finden dass alle in den Fahrstuhl sind im dritten Stock bis Stock alles wir fahren in den vierten dann kommen alle nach oben in den Fahrstuhl wir feiern Bums Alter ihr seid echt zu dritt in den Fahrstuhl ja ich komm alle rein kommen alle in den Fahrstuhl oh lol lol Alter mein jetzt häng ich hier wirklich fest nein soll mich flatter ich schon wieder wollten wir schrecken Alter ist doch tot so ne Kacke also der wo der wo vorm Aufzug der wo rechts steht beim Aufzug ist Traitor wollte ich nur mal anmerken was wenn ihr da hier der hier genau der da der wo hier hinten läuft lass mich da raus hier der wo hier hinten läuft der wo hier hinten läuft der da du gehst vor ja nun komm raus der hat einen Deadringer ich weiß nicht wo er hin ist hier Irex Irex hat einen Deadringer Alter ne es war Stevie Stevie hat einen Deadringer sorry Stevie hat einen Deadringer wer denn jetzt ja Stevie wo bist du alte feige Sau wo bist du alte feige Sau weg Hause hey oh sorry Alter da ist er den mein den hab ich gemeint die ganze Zeit ups und den auch was alter alter random killer nice alter ich hab echt gedacht da steht da steht Stevie über deinem Kopf sorry ich hab ja ja wer hat mich umgebracht wer war das Stevie aber wie ey Alter ich hab mich so erschrocken was wer so dich mit melon gekillt hab oder was oh scheiße das war ich mit der melon wie viel hab ich damit getötet gehabt einen ein ein mich toll ja mit deiner melon hast du mir 25 schaden gemacht das tut mir leid das war nicht geplant weißt du wie mies das ist dass da drei Leute stehen ich hab schon wieder an scroll vorbeigeschossen ey sondern er steht ein dreidelöte nicht sagen es kann sein inTEgl jeans ist m alle weitere v drauf aber die aber es ist schon heftig, wie oft Hey, sind wir mal schon dreimal Traitor oder so? Was? Dreimal Dete, dreimal Traitor? Äh, Traitor? Da, da, da! Was realisierst du früh, Junge? Ja, ich musste gerade shoppen gehen, ich dachte, dass ich bin Traitor, aber jetzt bin ich Dete. Okay, ich hab noch kein Traitor mehr. Das Spiel Mob. D.V. ist beißt, ich hab ne Crowbiner! Der hatte den Melon-Launcher dabei, du Zigeuner, ich hab's genau gesehen. Oh, Stevie, das war aber nicht gut gespielt von dir. Hey, Irex leg den Melon-Launcher weg, Irex ist der andere Traitor. Was, wann, wo? Irex ist der andere Traitor. Ja, dann lass mich doch mal hin da, ich bin Punkte. Ach, ihr Penner, ey, schnitt mir nicht im Weg. Ich töte ihn! Ich töte ihn nicht, warte mal. Das war so blöd. Alter, das ist so gut, wie du es wochen willst du töten, ey. Ich nehm den Melon-Launcher, das sehe ich da zwei Beitrag, die ist so schnell auf irgendeine Waffe, aber das war zu spät. Der Runde war so dumm, Alter. Warum hast du den Melon-Launcher aufgenommen? Irex. Aber hört man euch ja noch. Ja, man hört dich. Okay, gut. Warum hast du den Melon-Launcher aufgenommen? Keine Ahnung, wie siehst du auch so. Oh, wie kommt es eigentlich, dass du die meisten Punkte hast, ey? Ja, ich bin halt gut einfach heute. Heute ist 61 Punkte schon wieder los. 61, was ist da denn los? Socken. Oh, wird der neue Flag, oder was? Sind denn i-Flag? Na, Flutter, alles fresh. Alter, 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 Alter. Irgendjemand ist gestorben. Irgendjemand ist schon tot. Oh, ist das gemein, Alter. Flutter, es tut mir leid, aber du hast auf mich geschossen. Da musste man... Beleb ihn mal wieder. Das ist richtig mieser. Lass uns. Ich gebe dir Decks spielen. Irex. Wow. Weg, weg, Irex, ich töte dich. Oh Gott. Warum schießt du denn? Irex. Warum? Attach. Habe ich nicht. Kommt drauf. Ich wollte ihn heilen, ich habe nicht gemerkt, wer ihn getötet hat. Achso. Also Flutter ist Traitor. Wolltest du ihn heilen? Ja, natürlich hat er Traitor getötet. Dann sagt das doch vorher. Ich dachte, ich bin Dete. Ich bin Dete. Ich bin Dete. Hi. 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 Irex. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Jetzt lass mich doch mal raus hier. Jeder, der mit dem Weg kommt, schießt sich tot. Ich will hier raus. Moor kann seine Gaffe ausüben. Der lebt wieder. Also Irex nimmt mich in der Acht. Ja, natürlich. Wow. 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 Warum? Nein, ich lebe doch noch. Was für ein, alter. Random, alter. Was? Ah. Tut mir leid, aber ich musste durch. Wenn ihr mir nicht Platz macht, dann muss ich leider so nicht. Das war jetzt wirklich unnötig. Alter, also das war jetzt wirklich unnötig. Boah. Aber ich schieße. Genau in dem Moment endet einfach die Preparing-Zeit. Ja, das war, das war ein bisschen unlucky. Das muss man schon sagen. Ich habe echt gedacht, du hast auf mich geschossen mit Absicht, weil du Trader warst. Das war echt Zufall, dass ich dann irgendwie mein Traitor wurde. Alter. Irex, und warum hast du jetzt Skrill getötet gehabt? Habe ich mich auch gefragt. Weil ich dachte, ihr wollt... Toll, dann geht man den weiten Weg nach oben und sagt eine huge... Ah, gut. Na, schau überleite. Ja. Hey, warum geht die Töne nicht auf? Achso, Alter. Ich wollte nur raus. Hey, nicht auf der anderen Seite. Hey, hier, Dings, komm her. Oh, Leute. Wow, 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 wow. Wurde er da oben rumgeschossen, oder wo wurde er rumgeschossen? Da ist einer runtergesprungen, in der Karte. Loll. Da unten liegt irgendwie einer. Oh, aber ich wollte ja jetzt Irex gerne runterschopfen, was? Oh, gut, hier, guck mal, 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 guck mal. Sieht das nicht irgendwie... Ata? Ja, schon, das ist im vierten Arm. Jaja, aber die auch, das sieht irgendwie schön schön, so wie die aus, Ata. Egal, wo ich hab... Sie sieht schon irgendwie aus wie Ata. Lass mich raus! Erex hat was gesagt. Ich hab überhaupt nichts gesagt, Erex hat was gesagt. Sascha? Hallo? Katzen, bist du jetzt eingesperrt? Oh, oh, Ata steht direkt, das ist uncool. Ja, aber als Ego kann ich wieder nichts machen, ne? Oh mein Gott. Katzen. Hallo. Hey. Bist du da draußen? Hat mich so... Tut mir leid, Sascha. Wir gleich gehen. Wow. Na, Teddy? Na. Nein. Nein. Jetzt hat er Respekt. Ja. Ähm. Respekt vor wen? Du stehst auf mir. Respektiert meine Autorität. Ich habe Speck. Was ist los? Oh ja. Ich könnte dir ja in den Schritt schießen. Alles klar. Auf los. Noch alle am Leben? Ich stand auf. Bis auf die Toten, ja. Ich bin Stevery now. Ich geh grad mal alle Etagen ab, aber noch... Das ist viel besser als Stratze. Alter, jetzt komm... Scheiß Waschmaschine. Das muss er denn machen. Warum hast du die Tür zu gemacht? Weil die Schienen sind scheiße Leben so lange. Oh. Oh. Oh, Alter. Aber warum hast du denn nur einen Magnetstick in der Hand? So. Einfach weil ich es kann. Weil ich hier im Fall Sachen transportieren will. Nee. So willst du dich oben einschkern? Nee, nee. Ich hab' einfach Spaß dran. Oh. Ich geh' fest. So. Ich geh' fest. Ich geh' bop. Nix erhältlich. Ich geh' bop. 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 AS cœ. Ja, ja. Man fliegt wie ein Astronaut. Bist du da gleich für dich? Darf ich da laufen können? 싶a? Eh eh. Wie ein Astronaut? Oh. Hallo? Alter. Ist das Klima? Tschuldigung? Oh, Alter! Wer war es denn jetzt? Atta. Ach, Atta Flatter. ab und danke für info und voll aus hatte action hier so leute das war eine runde elevator in stars travel and travel town mit den wilden und verrückten wenn es euch gefallen hat was nettes da und in der beschreibung findet ihr die links die niederlande ein leute so die flieger du hälst ab